Einen haben. Wo fahrt ihr denn hin? Geht den Scheißdreck an. Soll ich was gehen? Hauptsache, ihr habt noch vier Arties. Also in der Rettkirch raus, wie gesagt. Guck mal. Durch das. Fahr übrigens links. Beim Schlösschen. Kommt ihr auch? Ja. Wir müssten dir auch vorstellen. Ja, die pushen vorbei. Die hingen Löwen. Und ihr ignoriert den Löwen. Und die bam, 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 bam. User, join your channel. APCR, load for mezzotec, was? Ach so. Ich hab jetzt gedacht, dass ich schreib um den. Ich schreib den mir noch nicht. Alter, wie lange der braucht. Ich hab es nicht gelesen, wer es geschrieben hat. Alter, ist die Karre langsam. Ja, bei dir. Weg mit deinem APCR. Nur für dich hab ich APCR geladen. Hab ich auch. Doch, ihr seid Schweine. Das ist wie in Ruhe. Geld verdienen. Deine Mutter wird Geld verdienen. Okay, aber das fliegt verrecken. Ich hätte jetzt nie aufrecht geschossen. Aber wenn ihr das wollt, dann... Oh, jetzt hab ich nur einmal R gedrückt und nicht dreimal. Und? Hast du schon einen aus deinem eigenen Team kassiert? Jetzt steht es da. Oh, ich würd ja so gerne einfach nur rein, weil ich fahren und verbrennen. Ja, aber nie. Wo ist denn er? Wo ist er denn jetzt? Ich drehe den auch noch nicht. Der faked das ja nur an. Der ist nicht hier. Na ja, der faked sich da. Hat sich verdrückt. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ja, rauf da. Rauf, 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 rauf. Los, rauf. Ich knolle der IS-3. Scheiß auf die IS-3. Oh ja, jetzt mach alles da. Aber alle APCR hinter den Hafen. Hallo, IS-3. Hinter uns. Wo ist denn hier der Dirk? Der T-150 schießt auch nicht APCR. Na gut, was soll er auch machen? Das ist ja auch ein Sixer. Gegen mich? Ich hab ein Papp-Panzer. Ja. Was soll er doch? Ich dachte, da werde ich nicht weiter schießen. Ja. Wir haben hoffentlich Heavys, die die rechte Gasse lang fahren. Du hast es provoziert, Netzo. Wieso hab ich provoziert? Und dann kriegt er die Basis Kutschi. Nein! Ich will die Medaille ab, werde sie gekillt. Nein! 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 Als HC-44 gehen wir doch nicht auf den Sack, Junge. Ja! Ja, Medaille für mich. Jetzt müssen die da decapen, weil sie das verlieren bei das Spiel. Ich nehme der T-44 aus der Mitte auseinander. Was ist denn das? Ich seh den, ich mach den gerade auf. Wir müssen decapen gehen sowieso. Ich bin dabei. Passt. Da ist er. Boah, der ist noch voll. Er dreht zu dir. Er dreht zu dir. Ich glaube nicht im Schreiber, dass er den CDC killen soll. Schönes Ding. D-44, mach das sowas nicht. Dreht wieder weg. Ah, jetzt wird er wieder bei dir, glaube ich. Ja, der Motor ist da drin. Ehrlich, nun red ich übrigens. Der ging nicht durch. Das gibt's nicht, ja. Der IS da hinten. Der IS da hinten. Oh, ich bin schnell hinterm Haugen. Ich will nicht. Ich will nicht. Lass mich am Leben. Ja. Loll. Geil. Hau die M-44 in Blau ab rein, ey.